Guten Tag! Wie wichtig sind Lebensmittel? Mittel, die Leben vermitteln, in denen Leben ist, in denen wir leben. Wovon kleine Säuglinge wachsen können und wir großen auch gut gedeihen. Lebensmittel mit dem Saft des Lebens. Um an diesen Saft von dieser Kokosnuss heranzukommen, ist es notwendig, sie aufzumachen. Dieser Saft bietet uns ein wunderbares Lebensmittel, von dem wir uns fast gänzlich ernähren können, wenn wir genug davon haben. Ich öffne sie einfach mal mit einem kleinen Speisen. So, nun den Deckel auf und der Saft ist verfügbar. Ein köstliches Getränk und das Fruchtfleisch lässt sich auch noch auslöffeln. Ich gebe es auf einen großen Schiff, dann soll ich das Ding kommen. Ich gebe es auf einen guten Schiff, aber auch ins Leben ist, die wir nur noch ein paar Jahre altze, einmal des Schiffen, imkickflammlung. Ich gebe es ihnen alles bei Ihnen beim Stab. dass wir die bei der Schiffen Das ist korrekt. So, ich bin meine Herbst,